Wir sind Carla, Sonja und Dominik von der Firma Vilo und wir bewegen Wasser, zum Beispiel mit solchen Produkten. Als AG Hybrid haben wir Leidenschaft dafür, Firmen auf dem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen. Um das zu erreichen, sind wir mutig, probieren neue Dinge aus, diskutieren intensiv und können uns immer auf unsere Partner verlassen. Wir sind Ulrich, Lena und mein Name ist Thorsten. Wir bei Köln-Glas stehen den Herausforderungen, die der Strukturwandel im digitalen Zeitalter mit sich bringt, aufgeschlossen gegenüber. Wir haben aber auch erkannt, wie wichtig es ist, das volle Potenzial der in diesem Strukturwandel beteiligten Mitarbeiter zu nutzen. Deshalb entwickeln wir die Fähigkeit unserer Mitarbeiter mit Hilfe des Kompetenzmodells von Agil Hybrid weiter. Unser Speedboot hat bereits vom Träger abgelegt. Wie sieht es bei euch aus? Schieben. Hallo, wir sind Thomas und Claudia von der Handelshochschule in Leipzig und hier am Center for Leading Innovation Corporation versuchen wir mit ganz vielen Demo-Bausteinen neue Geschäftsmodelle zu finden. Bei Agil Hybrid erforschen wir, wie man agile Kompetenzentwicklung und innovative Geschäftsmodellierung zusammenbringen kann. Und dabei versuchen wir vor allem Unternehmensmittelstandes für Digitalisierung zu sensibilisieren. Hi, wir sind Supratix und unsere Mission ist es, das Wissen dieser Welt zu organisieren, allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. In Agil Hybrid erstellen wir eine App für KI und kompetenzgestützte Personalentwicklung und entwickeln Lernmethoden und Prozesse zur Erstellung digital vernetzter Geschäftsmodelle. Seien Sie dabei! Auf zu neuen Ufern! Ich bin Janik von FISMAN-Werben. Bei FISMAN gestalten wir Lebensräume für künftige Generationen. Bei Agil Hybrid forschen wir zu digital vernetzten Geschäftsmodellen und möchten die Zukunft gemeinsam gestalten. Wir sind Kai und Christian und wir sind Teil der blanken Fischerfamilie in Holland. Wir prägen den Lebensraum Küche weltweit. Agil Hybrid verbindet durch die Zusammensetzung von Hochschulen-Industriepartnern Kompetenzen aus Theorie und Praxis. So können Methoden zur Entwicklung von digital vernetzten Geschäftsmodellen konzeptioniert und in der Praxis agil umgesetzt werden. Wir sind Juliane und Anne von der Martin Luther Universität Halle Rittenberg. Wir erforschen gute Arbeit und strauchen selbst manchmal daran. Bei Agil Hybrid denken wir innovative Methoden und Augenhöhe. Oder habt ihr schon mal virtuelles Bumpoker gespielt mit anderen Hochschulen und Industriepartnern? Wir von der Hochschule Karlsruhe erforschen die Innovation des Lernens. In Agil Hybrid werden Schlüsselkompetenzen identifiziert, die Unternehmen dafür brauchen, neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Diese Fähigkeiten werden innovativ und mit Spaß on the job erlernt. Und wie lernst du, was du morgen brauchst? Die Frau previeancen! AlsoRY Frau Kurzwe refrein lächst auf die Vielen Dank.